Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech-It-Legend, wir sind wieder am Start, der Luca, der Marcel, der Nico, der Jan, der Niels, und ich der Timo. Oh man ey, kann ich einer ins Bett gehen? Jan, bist du im Bett? Jan ist nicht im Bett. Das ist wieder Jan, ne? Ich bin im Bett. Wißt du, wenn du Jan wieder kickst, dann geht's bestimmt. Dann kick mal Jan und schau mal, ob's geht. Nein, das wäre verließ. Ja, schau, gekickt und er ist... Also irgendeiner weiß, wer war jetzt derjenige? Wenn du mit Kicks drohen, dann geht er schnell ins Bett. Ich glaube, der, der mal versucht, jetzt hat er es, ist die Schülter auf Jan zu schieben, wenn jemand fragt. Du hast am Anfang gesagt, oh Jan, hast du schon mal aufgefallen? Ja, also ja gut. Niels, wenn schon dem nicht, dann richtig, ne? Niels, das tut schon weh. Aua, das tut schon weh. Niels, ich hab das Idee. Ich hab das Idee. Was sagst du, das Idee in deinem Kopf drin? Ich hab das Idee. Das? Und zwar, ich kann doch einfach an dieses Ding hier. Ich hab jetzt ein EV-Ding jetzt, ein MV. Jetzt mach ich noch ein Low-V dran. Low-Bock. Ja, hab ich auch grad dahin gedacht. MV, LV. Und dann hab ich ja alles hier an dem Ding schon dran. Und HV, gut, das mach ich jetzt grad mit dem HV-Transporter. Das ist ein bisschen dumm, aber egal. Für was brauch ich LV? Für Juju-Matter. Drei. Für Juju-Matter brauch ich das, ne? A-V. LV? Ne. Doch, EV. LV brauchst du für die Maschine. Naja. Nein, EV. EV brauchst du, keine Ahnung. Doch, eine Maschine braucht das. Ja. Ja. Oh. Ja, ihr müsst mal gucken, wenn ihr euch die Maschinen anguckt. Die sind alle unterschiedlich farbig. Boah, wer leckt denn jetzt hier, Mann? Die sind, die haben alle ne unterschiedliche Farbe. Ey, es nervt mega mal diese Legs. Ja. Ja, Luca ist es. Ja, ich muss craften, Jungs. Ja, aber kannst du dich ein bisschen Lamsamer craften? Lamsamer? Lamsamer? Ey, was, was craftest du denn, wenn da, dass das so geruckelt? Mann, der macht wie so ein komisches Solarpendel. Ich mach ganz normale... Ja, aber seit wann leckt denn das craften? Ja, weil ich halt links weiße crafte. Deck weiße. Keine Ahnung, Alter. Es ist einfach Lukas Bude, weißt du? Die ist schon so voll mit Energie und alles, dass das einfach durchgehend leckt. Ja, mit Cheatakisse ist es auch einfach. Also, Timo, kommst du zu mir? Ich glaube, ich hab jetzt alles vorbereitet, dass wir relativ gut die Folge durchbauen können. Warte, lass mich noch schnell die MFSU anschließen. Alter, ich bin schon wieder. Warte, MFSU war, die hat nur einen Ausgang, ja genau. Ey, Crafter, einfach mal so klick, Crafter. Nein, Shift, klick, Shift, klick, ja! Alter, ich gebe richtig Aggression. Loll, was ist jetzt los? Loll! Loll! Irgendwas stimmt mit meinen Crurys nicht, die ziehen mehr Energie als nötig. Nein, die Leitung wird rot. Vielleicht sind sie zu schwach für die Situation. Ne, ich glaube, die ziehen zu viel, sie müssen nicht so stark sein. Explosion! Explosion! Wir müssen was für die Zuschauer machen. Ich habe ein Output von 2,0 K EU pro Tick. Cool. Ich würde sagen, das ist nicht mehr normal. Okay, Nils, ich komm zu dir. Ah, warte, ich muss noch schnell Redstone her, kann schon mal kommen. Ja, ich gucke erst noch mal bei den Crurys, warum die so viel Energie ziehen möchten. Ja, lass dir noch kurz Zeit, weil ich muss noch schnell ein paar Redstone-Engines machen. Luca, hast du irgendwas bei mir angeschlossen? Und doch eine Combusten-Engine. Hey, hey, warum, hey? Ne, frag nur. Weil eben urplötzlich wurden die kompletten Energiesachen rot. Ist rot nicht gut? Rot heißt, dass die Leitungen überlastet sind. Heißt, dass da zu wenig Strom durchfließt. Das heißt, dass da zu viel Strom durchfließt. Überlastet! Meine Phrase. Das heißt, dass da der Kopf zu schwach ist, glaube ich. Ja, ne? Marcel, willst du damit sagen, dass Timos Kopf zu schwach für diese Situation gerade ist? Auf jeden Fall. Ihr beide, ne? Was denn? In euren Mongo-Höhlen, wisst ihr? Ich wohne schon in der Höhle. Ja, aber eine Technik-Höhle. Das ist keine Mongo-Höhle. Du auch, Nico. Ich habe in den Videos gesehen, wo du wohnst. Das ist auch quasi eine Höhle. Das ist keine Höhle. Ich habe mein Haus an einem Berg dran gelegt. Ja, ich auch. Du hast es in einen Berg reingebaut. Nein, es ist am Berg dran. Ich habe eine Sicht nach draußen. Eine Klasse gebaut hast du. Ja, also dran. Ohne Witz, das ist keine Höhle. So, ich bin da, Nils. Den Berg habe ich zur Seite hier fräst und dann kam da ein Dings hin. Ein Dings. Kannst dir Schmales ansehen. Ja, ich sehe hier, dein Haus hat noch kein Dach. Ja. Und Türen besitzt du auch noch nicht. Was? Ja, kommt alles noch. Was machst du denn die ganze Zeit? Am Anfang hat er zu mir gesagt, dass ich kein Haus habe. Und mir wäre das beste Haus. Hä? Hat das nicht Nils sogar gesagt? Was? Nein, ich habe es A nicht gesagt. Hey, wer hat denn jede Folge gefragt? Ach, das war Jan. Nein. Jede Folge gefragt, ob ich schon ein Haus habe. Mir nicht mehr gefragt. Das hat Jan gefragt. Weil ich anscheinend so viel Technik gemacht habe. Hör, hast du überhaupt schon ein Haus? Ich habe Jan jede zweite Folge gefragt. Ey, ich habe da auch ein ganzes Haus, ich habe noch gar kein Dach. Oh mein Gott, ich will mir ein bisschen Zeit nach, dass es hübsch aussieht. Und habe da für meinen Keller... Ah, hier. Oh, Nils, du hast deinen Keller geil gemacht. Sieht gut aus. Ja, deshalb. Ich brauche schon gerade das Zeugloch zu sein. Kommt da jetzt die Maschine rein in den Keller? Ja, da kommt die ganze Maschinerie rein. Nein, nein, nicht an der Tür, sondern hier vorne. Also, weißt du direkt hier was Schönes? Ey, hier kommt... Ja, okay. Hier kommt ein Tank rein, hier kommt der Boiler hin und hier hinten kommt die Turbine wahrscheinlich hin. Dann los, fang mal an. Ja, ich brauche einen. Ich muss doch schnell... Okay, ich kann ja schon mal anfangen, denn was ich... Also, ähm, erstmal bauen wir den Tank auf. Was ist in dem Tank dann drin? Also, es ist derselbe Tank, den Luca auch hat, ne? Ja, aber da lagere ich Ö halt drin ein, falls ich mal Engpässe habe. Okay. Okay. So, ähm, da muss ich diese Dinger nach oben bauen, diese Verbs, oder? Witzelack? Musst du Nico und Luca fragen. Wie bitte? Luca, muss ich diese Verbs nach oben bauen, oder kann ich eins oben und eins unten machen? Kannst du über den Ball, ich sehe gar nicht. Okay, dann mach ich sie über unten. Ich glaube, das muss logisch sein, du kannst... ...nur bestimmt auf einer Seite auspumpen... Äh, oben kannst du nur einpumpen und unten kannst du nur rauspumpen und an der Seite kannst du beides. Also, du kannst jetzt nicht sagen, dass du von oben rauspumpst, das geht glaube ich nicht. Achso, okay. Ach, ja. So, hab ich... So, willst du noch den Block hier abbauen? Hä, lol. Geht die Tankgröße hier nicht? Äh, Luca, haben die Tanks so viele Mindestgröße? Ja, sieben mal sieben. Hä? Ne, warte mal, hier steht hoch. Also hoch mal sieben. Mo, hast du jetzt Pflastersteinpipes? Ich... Diameter ist drei. Joa, musst du bei mir ins Haus, im Haus gucken. Ach, scheiße, Diameter durch. Ja, ich hab noch sechs Stück über. Hä, Luca, kannst du mal kurz zu mir kommen? Was ist denn? Hä, woran erkennst du denn, ob der jetzt an ist oder nicht? Nee, eigentlich muss ich hier alles verbinden. Hat's aber nicht. Wer leckt hier denn schon wieder, Mann? Ja. Entschuldigung. Egal, bau doch erstmal was anderes. Du brauchst nur mal so viel Zeug davon. Ja. Ja, weil Junge, es macht doch keinen Sinn, wenn du jedes Mal eins und alles nimmst. Ja, warte mal, ich... Ja, aber warum... Den Tank, den würde ich hier in die Wand einlassen. Sieht cooler aus. Hä, was machst du denn gerade? Ja, kann ich dann. Oder bau ihn einen höher jetzt. Wie viele denn, bitteschön? Ähm, ich mach gerade zwei MV. Bauen wir den... Wollen wir den eigentlich höher bauen? Den habe ich aber nicht genug Ressourcen, glaube ich. Sind das die Besten eigentlich? Nein, das sind nicht die Besten. Du brauchst du achten, hast du einen HV. Gib mir mal bitte deins. Du musst halt Arbeitszeit haben, Minecraft, deswegen... Ja. So, die Ecke haben... Jetzt hab ich nicht mehr. Ich bin 60 Mal. Okay. Ey, es könnte knapp werden, aber es kann klappen. Alter, grad so. Jetzt hast du dich eingebaut, du... Die... Weiß. Hier, auf meiner Seite. Wo haben wir die Ecke? Das ist ein Schisch rausgehen. Das ist ja egal. So, Timo, ich bin jetzt bei deiner... Immer noch nicht, ne? Nee. Hä, ich verstehe, das ist gar nicht mehr. Äh, du gehst rein, dann... Warte, warte. Hast du auf der einen Seite die ganzen Werkbänke? Warte, ich bin grad mal bei deiner Dingser-Farm. Jetzt muss ich noch weiter, ne? Hm. Bei deiner Farm bin ich da. Kürbisfarm. Ja, klar, du musst rein in mein Haus. Ja, muss ich dran vorbei, oder... Nee, rein ins Haus. Ja, ich seh's grad nicht. Ach da, ich seh den Kiesweg. Mein Kopf war grad zu schwach für die Situation. Ach, egal. Geh erstmal nach Hause, ich guck nochmal mit mir. Kommt, ich bereich nochmal mit mir nochmal neu vor. Gut, ich geh wieder zurück. Ja, Leute, sehen wir später. Willst du nicht erst die anderen Sachen bauen und dann den Tank? Ja, kann ich auch machen, aber... Nee, ich will jetzt lieber alles auf einen Schlag dann bauen. Na gut, dann flieh ich zurück. Vielleicht probier's mal mit dem Tank ein bisschen aus. Nicht, dass man selbst Kopf zu schwach ist, um die Sachen zu suchen. Dann hab mein Schwachkopf. Und das war's mit einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.